Und dann ging es auch los, dass ich bestimmt im Durchschnitt zehn Stunden am Tag gespielt habe. Ich hatte sowohl in der Schule als auch zu Hause kein sicheres Umfeld. Hi, ich bin Amy, ich bin 23 Jahre alt und ich berichte heute über meine Videospielsucht. Ich habe mit 13 angefangen zu spielen. Da habe ich League of Legends entdeckt und das war dann auch nicht so, dass sich das irgendwie so in mein Leben geschlichen hat oder so, sondern ich habe das Spiel entdeckt und es hat mich sofort gepackt. Und dann ging es auch los, dass ich bestimmt im Durchschnitt zehn Stunden am Tag gespielt habe. An der Höchstphase wirklich 13, 14, 15 Stunden, also wirklich den ganzen Tag. Also da gibt es eine ganze Menge. Also vor allem äußert sie sich darin, also wie ich schon angesprochen hatte, dann, dass ich in sozialem Rückzug, ich treffe mich nicht mehr mit Freunden oder deutlich weniger, habe auch letztendlich wirklich nicht mehr das Bedürfnis danach. Ich prokrastiniere stark, ich schaffe es nicht notwendige Aufgaben nicht rechtzeitig zu erledigen. Gerate dann in Stress, in Druck, schaffe alles nicht rechtzeitig und so. Genau, ich habe Konzentrationsschwierigkeiten. Also ja, ich schaffe es schlecht, bei einer Sache zu bleiben, ohne mit den Gedanken wieder zum Zocken abzuschweifen. So, ich will ja jetzt eigentlich lieber zocken. Das macht ja alles keinen Spaß, ich habe keinen Bock da drauf, ich will lieber zocken. Und das ist dann wirklich eine richtige innere Anspannung, innerer Stress. Also wirklich wie, man kann das schon mit anderen Süchten auch vergleichen, wie ein Alkoholiker, der auf Entzug ist und unbedingt wieder trinken möchte. Und so ist es auch bei mir mit dem Medienkonsum. Ich hatte sowohl in der Schule als auch zu Hause kein sicheres Umfeld. Und das Zocken war dann für mich so der sichere Hafen. Darin habe ich mich dann geflüchtet, jeden Tag, für sehr, sehr viele Stunden. Und da habe ich dann eben auch mein soziales Umfeld gehabt. Das heißt, ich habe mich von dem realen Umfeld sozusagen komplett abgeschottet, weil ich da ja eben sowieso keinen Mehrwert drin gesehen habe. Für mich war die Welt im Zocken eben das, was mir irgendwo sowas wie Glücksgefühle gebracht hat. Ich benutze das Zocken eben vor allem in erster Linie, wenn ich gestresst bin oder Kummer habe. Das geht dann auch oft einher mit so depressiven Phasen, in denen ich mich schlecht fühle und negative Gedanken kommen. Gedanken, die auch durchaus selbstzerstörerisch sind oder die irgendwie Selbsthass ausdrücken. Und um mich von diesen Gedanken abzulenken und diesen Gefühlen, die dadurch entstehen, zocke ich eben. Das ist ein Bewältigungsmechanismus für mich. Das nennt sich dann auch dysfunktionale Stressbewältigung, weil ich mit diesen Gefühlen dahinter nicht klarkomme. Das ist für mich nicht auszuhalten, diese Gefühle und diese Gedanken zu haben. Und deswegen benutze ich das Zocken, aber eben auch andere Medien wie Streaming, um mich abzustumpfen, um mich taub zu machen. Und das nicht so an mich ranlassen zu müssen. Und das ist vor allem das Schwerste daran, davon wegzukommen. Denn wenn ich aufhöre zu zocken, dann kommt das alles natürlich wieder hoch. Alles, was ich unterdrückt habe. Und das gefühlt nochmal zehnmal stärker, als wenn ich mich von Anfang an damit beschäftigt hätte. Und davor habe ich Angst letztendlich. Und das macht es für mich so unglaublich schwer, damit aufzuharren. Wem es mir selber bewusst war, war es nicht so, dass ich es bewusst verheimlicht hätte. Es war eher so, dass ich sehr mit mir gehadert habe, ob ich diesen Gedanken wirklich zulassen möchte. Also, dass ich süchtig bin. Also, es war eher so, dass es mir nicht vor anderen peinlich war, sondern eher vor mir selbst. Weil es für mich auch ein gewisses Eingeständnis von Schwäche war. Ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn man das sich nicht so eingestehen möchte. Oder wenn man denkt, das ist doch noch normal. Es sind doch nur fünf Stunden am Tag oder sowas. Ich glaube, die wichtige Frage, die man sich stellen muss, ist, bin ich glücklich und zufrieden damit, so wie es jetzt ist? Und wenn die Antwort Nein lautet und man eher etwas ändern möchte, dann ist es auch ein Zeichen dafür, dass da eventuell ein Problem bestehen könnte. Das muss nicht immer gleich eine ausgewachsene Sucht sein. Aber einfach etwas, was den Alltag einschränkt. Und genau, dann kann ich auch nur empfehlen, das ist natürlich auch ein großer Schritt, aber Institute zu kontaktieren, die sich für sowas einsetzen, das ist enorm hilfreich, in Gruppen mit Menschen sprechen, die dasselbe Problem haben, dass man sich einfach nicht mehr so alleine damit fühlt. Das macht enorm viel aus, sich verstanden zu fühlen und nicht das Gefühl zu haben, man ist alleine mit diesem Problem, man ist alleine mit sich, man passt sowieso nicht rein, man ist abartig oder sowas in der Richtung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.